Ich bin in der Uni Lötzenburg ein Bachelorstudium in der Ökonomie und Gestion und ein Masterstudium in der Ökonomie und Finanze. Ich bin in der Uni Lötzenburg rausgezogen, weil ich auch im sportlichen Niveau in Lötzenburg impliziere. Ich bin in der Uni ein Bachelorstudium in Lötzenburg. Ich kümmer mich an meine Klientelbank Privé auf dem Lötzenburg-Jahrscope. Ich habe sehr viel gehört auf der Uni. Ich habe auch einen großen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Ich war schon ganz gut vorbereitet, aber ich bin auch in der Praxis selber ein bisschen angenehm. Die Basis war ganz gut für den Parcours, den ich hier angeschlossen habe. Ich meine, die ganze Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, und zum Beispiel, dass ich heute in Lötzenburg studiert habe, habe ich schon direkt mein Ressort abgebaut und mein Mensch geholt, um nur meine berufliche W anzuschleuen. Dafür gebe ich noch vielen Studenten, um auch heute zu studieren und von der selben Erfahrung zu profitieren, wie ich das mache und hoffentlich auch so ein W anzuschleuen. Ich wünsche der Uni Lötzenburg viel Glück für ihren 20. Geburtstag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.